Hallo, mein Name ist Moser Ernst vom Restaurant Saluti. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen Osttiroler Lüchs. Was ist das? Osttiroler Lüchs ist eben eine Vereinigung von Osttiroler Spitzenküchen und Spitzenproduzenten. Mit unserem Projekt hier am Hauptplatz wollen wir eben die Region bekannt machen. Wir wollen eben Gastronomie und Landwirtschaft vernetzen und da Werbung eben für ganz Osttiroler und für die Landwirtschaft machen. Also heute ist mein Part, heute koche ich den ganzen Tag bis am Abend. Es gibt eben als Vorspeise oder wie auch immer eine Waldbildsuppe, also mit Osttiroler Kartoffeln und Wildkräutern, alles selbst gesammelt. War heute noch im Wald in der Früh. Dann gibt es einen Bergseibling von Günter Plasnik aus dem Döfhirkental. Ganz eine tolle Qualität. Den gibt es eben mit Gartengemüse von der Gärtnerei Chapella und Kräuter dazu. Dann gibt es eben einen Nispelsud dazu. Und als Dessert gibt es eben einen Maiwipfel-Banna Cotta mit Schwarzbeeren und Himbeerschaum. Ja, jetzt geht in die Küche. Schwarzbeeren und Himbeerschaum. Ja, jetzt geht in die Küche. Schwarzbeeren und Himbeerschaum. Ja, jetzt geht in die Küche. Schwarzbeeren und Himbeerschaum. Ja, jetzt geht in die Küche.